Kennen wir die Eisens? Hallo meine Lieben! Hallo meine Lieben! Hallo! 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 Willkommen zurück! Zu einem neuen Video 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 Auf meinem Kanal Candlelight Candle 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 A S M R ASMR 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 Heute sitze ich ein bisschen schiefer Weil Irgendwie wirft mein Mikrofon Schatten auf mein Gesicht Und ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr Ich habe leider nicht herausgefunden, wie ich das ändern könnte Oh! Ich habe den Fehler gefunden! Weiter geht's! Gut, also bin ich wieder normal Ich habe meine Schreibtischlampe für noch mehr Licht aufgedreht Das war der Fehler Das war der Fehler Problem gelöst Also Wie ihr im Titel schon lesen könnt Geht es heute Geht es heute um herbstliche Herbstliche Herbst Herbst Um herbstliche Trinkernwörter Heute geht es um herbstliche Herbst 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 Herbstliche Trinkernwörter Voll Voll Oder auch Atmen 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 Mit ein paar Trinkern aus der Natur Zum Beispiel Atmen 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 Viel Spaß Ich sollte echt mal ein Headmuffins Video drehen Head sounds meine ich Da habe ich gerade irgendwie Lust drauf Beginnen wir mit dem ersten Wort und zwar Kürbissuppe 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 Kürbisse Suebe Kürbissuppe Kabissuppe istem Kürbissuppe roof farb Pumpkin soup Agriculture Pumpkin soup Das ist ein Kürbis, den ich noch nie probiert habe. Ich bin sehr gespannt, ob er mir schmeckt. Sieht aus wie ein Zierkürbis, ist aber ein Speisekürbis. Ein Speisekürbis, ist ein Speisekürbis. Speisekürbis, Speisekürbis. Am liebsten esse ich Kürbissuppe. Mit dem Hokkaido-Kürbis. Hokkaido. Hokkaido. Hokkaido-Kürbis. Das ist der Ron, der Orangene. Den kann man mit Schale zubereiten. Ich bin heute irgendwie so ein bisschen schnell. Aber irgendwie bin ich gerade in diesem Gefühl drin. Ich hoffe, es stört euch nicht. Wenn dieses Video nichts für euch ist, dann schaltet einfach beim nächsten Video rein. Habt ihr übrigens schon mein Halloween-Kooperationsvideo gesehen? Es lohnt sich echt da reinzuschauen. Wir haben uns alle echt viel Mühe gegeben. Und ich finde, das ist ein richtig cooles Projekt geworden. Kann man sich auch nach Halloween noch ansehen. Das zweite Tringelwort. Eichhörnchen. 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 Skrirl. Ich kann das auf Englisch nicht finden. Skrill, Skrill Eichhörnchen 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 Hörnchen Küche-t Dingen Küche-t路 Küche-tematically Küche'l A T Küche-t ..... Küche-toyo Kuchel Kuscheltag 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 Platterig Blätter Blätterregen Blätterregen Blätter Blätterregen 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 Erntedankfest 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 Tannen zapfen 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 Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich von einer Tanne ist Hört sich an wie ein Musikinstrument Nebel 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 Windstoß Wind Windstoß Wind Stoß Wind Stoß Windstoß 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 Wind 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 Stoß Wind Stoß Drachen steigen. Habt ihr das als Kind gerne gemacht? Oder macht ihr das vielleicht heutzutage immer noch gerne? Ich hab das schon Jahre nicht mehr gemacht. Drachen steigen. Drachen steigen. Drachen steigen. Drachen steigen. Drachen steigen. Kastanienmännchen. 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 Kastanienmännchen Kastanien Kastanienmännchen Kastanien 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 Das letzte Wort ist Chidee 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 Classic Chidee Classic Chai Tea. Vanille. Chai Tea. Das riecht gut. Das ist mein Lieblings-Dee. Den gibt es aber nicht in Österreich leider. Habe ich geschenkt bekommen. Chai Tea. Chai Tea. Chai Tea. Chai Tea. Chai Tea. Ich hoffe dir und dir und dir hat das Video gefallen. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Und viel Entspannung. Viel Entspannung. Viel Entspannung. Viel Entspannung. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr über Kommentare. Danke.